EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen räumt Versäumnisse bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen ein. Man habe unterschätzt, welche Komplikationen auftreten könnten, sagte von der Leyen im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Man hätte früher wissen müssen, dass es bei diesen neuen Verfahren zu Beginn eine Achterbahnfahrt geben wird, bevor man einen stabilen Prozess erreicht. Dafür könne man die Kommission kritisieren. Die EU habe sich sehr stark auf die Frage fokussiert, ob ein Impfstoff entwickelt werde. Man hätte jedoch parallel stärker über die Herausforderungen der Massenproduktion nachdenken müssen. Auf die Kritik, die EU habe Impfstoffe zu zögerlich bestellt, erwiderte von der Leyen, die EU sei mehr ein Tanker, während ein Land ein Schnellboot sein könne.